Und willkommen zurück Wenn wir schon Raider töten müssen, dann aber mit Stil Ach, Green Top wird auch angegriffen, okay Na, und wen haben wir hier? Ach, das war die Nummer hier mit der Bank, okay Hallo, ausguck Ausguck Ausguck, sprich mit mir Du willst nicht mit mir sprechen? Gut Dann eben nicht Ich wollte schon mal sagen, ach, da vorne haben wir einen Fehler in der Matrix Ach, fuck, jetzt habe ich mein super schönes Gewehr schon wieder rausgenommen Ah, ne, da ist es doch, ich habe es doch ausgerüstet, meine Fresse Ich bin aber auch Was war das jetzt? Wie kommt Piper denn da jetzt hin? Hä? Oh, Leute, ey Piper, du bist ne scheiß Cheaterin Niemand mag Cheater Eigentlich ja ziemlich, muss ich ganz ehrlich gestehen Na, tust doch Wer ist da? Niemand Niemand Noch so einer Ein paar Sachen, die wir noch verwerten können Kannst du mich verscheißern? Ach, die wollen hier einfach nur reden Kannst du mich verscheißern? So Okay, hier hätten wir alles Äh, Greentop verteidigen war es, oder? Wie ist bei der Verteidigung von Finches Farm? Ich weiß nicht gerade noch Entscheid neu definiert Hilfe Ah, okay Jetzt erst zur Finch Farm, dann nach Greentop Ach, der sieht auch lecker aus Was? Oh, jetzt geht's ab! Was? Oh, das hat jetzt auf einmal geknallt Ach, ernsthaft? Ach, wie krass ist, wenn ich über die drüber schieße Oh, diese elende Powerrüstung haben wir schon zuhauf. Okay, und weiter zur Kindergrippe. Was haben wir da? Oh, ein Vierfach-Raketenwerfer. Keine Ahnung. Oh, ein legendarer Radar. Hmm, hmm. Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.